Ja, der Kompressor, der macht eine Menge, vor allen Dingen bei die X, wenn das Signal vielleicht so genau schwächer ist. Also der Kompressor, der macht den Kompressor, Erik, Rötter. Okay, dann packe ich den mal wieder rein und dann, ja, scheint das auf jeden Fall besser zu sein. Aber ansonsten ist es, wie gesagt, wenn das Signal zu stark wird, ist der Kompressor in der Regel dann doch zu matsch. Dann ist das Signal nicht mehr sauber. Nee, der Kompressor ist schon gut, lass den mal drin, das ist schon eine gute Sache. Okay, Erik, ja, sehr gute Station. Wenn man raus und weiter macht hier, oder frühstücken und dann heute noch mal etwas warten. Erik, danke dir für das Koso. Ja, ich mache das Ding, aber jetzt ist kein frischalte Aktivation drauf. Der Simon, ich habe jetzt mal kurz den Simon sprechen können, aber ich rede ja. Ich habe die Station, ich habe leider die Richtung, wenn wir die Tonwerk geprägt. Außer die Signalreise und später, oder, 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 oder. Das ist ja, ich habe jetzt noch mal einen Rutsch. Erik, das ist Spaß. Nach dem X, du hast einen guten Rutsch. Freitag ist es. Jo, alles klar. Danke fürs Gespräch, Max. Alles Gute. Dir auch einen guten Rutsch, falls wir uns nicht melden wollen. Falls ihr nochmal würdig rüberkommt, sage ich vielleicht nochmal kurz Hallo. Und ansonsten guten Flug zurück in die Heimat, ins kalte Deutschland. Zurzeit ca. 6 Grad und Regen. Bye, bye. Okay, 6 Grad und Regen. Ich glaube hier auch noch 6 Grad. Oder im Moment, sagst du es jetzt? Ja, okay, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Konto hier. Wie geht es bei uns? Das ist wirklich hier. Da sind gerade 50, was unterscheidet. Das ist wirklich auch kein Problem. Erik, Wüste, was? 30 Minuten. Also muss noch eine 30 Minuten. Das ist wirklich was. Will ich loss嗎? Das ist wirklich das? Alle kommt geschafft. Das war's. Dann geht's. Vielen Dank.